Deutsche Bargeldliebe erkaltet Bezahlstudie der Bundesbank Laut einer aktuellen Studie der Deutschen Bundesbank zahlen die Deutschen immer häufiger mit Karte oder Smartphone anstatt mit Bargeld. Im Jahr 2020 wurden bereits 51% aller Transaktionen in Deutschland nicht mehr mit Bargeld abgewickelt. Dies ist ein Anstieg von 6% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die jüngere Generation bevorzugt das Bargeldlose bezahlen. Auch kontaktloses Zahlen wird immer beliebter, da es als hygienischer und bequemer empfunden wird. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend zusätzlich beschleunigt. Dennoch bleibt Bargeld weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Die Bundesbank betont, dass es wichtig ist, die Akzeptanz von Bargeld aufrecht zu erhalten, da es besonders für ältere Menschen und Menschen mit geringem Einkommen wichtig ist. Es bleibt abzuwarten, ob sich dieser Trend fortsetzen wird und ob Bargeld in Zukunft tatsächlich an Bedeutung verlieren wird.